Haben Sie auch schon zehntausende Franken in ungeeignete Mitarbeiter investiert? Nora ist HR-Managerin. Bei der Mitarbeiterrekrutierung hat sie immer dasselbe Problem. Die Referenzen der Bewerber sind zu vage. Hire or Fire hat die Lösung. Nora erfasst die Kontaktdaten, die Bewerber Max abgegeben hat. Nachdem dieser zustimmt, verschickt Hire or Fire eine Mail an die Referenzpersonen. Diese müssen nur eine Frage beantworten. Würden Sie Max nochmals einstellen? Sobald sie alle Feedbacks erhalten hat, kann Nora viel leichter entscheiden. Max hat mehr positive als negative Referenzen erhalten und freut sich über seinen neuen Job. Nora gewinnt einen tollen neuen Mitarbeiter und spart viel Zeit, Geld und Nerven. Gewinnen auch Sie tolle neue Mitarbeiter. Sparen Sie Zeit, Geld und Nerven. Hire or Fire unterstützt Sie richtungsweisend bei Personalentscheiden. www.hireorfire.info www.hireorist.de www.hiref точно. too www.hiref-3.de